In unserer Verfassung steht, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Das bedeutet von uns allen, von Ihnen. Sie können entscheiden, welche Ideen Sie gut finden. Sie können entscheiden, wie die Zukunft aussehen soll. Und zwar am 29. September bei der Nationalratswahl. Wer nicht wählt, lässt andere entscheiden. Ehrlich gesagt, darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich weiß aus Erfahrung, es geht oft knapper aus, als man denkt. Also nicht nachher ärgern, lieber vorher handeln.